Set my heart up fire Hey Leute, was geht? Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck Willkommen zurück zu Battlefield 1 Ja, so schaut es aus Ich bin natürlich wieder euer Crazy Memphis Die drängen mich hier natürlich schon wieder Die Jungs, die können natürlich nicht ohne mich Infolgedessen machen wir auch gleich weiter Ja Wir sind immer noch, ich denke mal Das ist quasi die erste Mission oder Erstes Kapitel, ich weiß nicht genau Wie das hier vonstatten geht Und müssen hier mit Black Bass Durch den Wald Beziehungsweise müssen wir Mit Black Bass irgendwo hin Ich habe jetzt komplett vergessen wohin, aber wir müssen Irgendwohin So und jetzt haben sie auch gesagt Ich soll voraus gehen, aber nicht zu weit Voraus, infolgedessen Gucken wir doch mal, hier gibt es auf jeden Fall Deckung Das ist gut Das ist sehr gut So Hello buddies Das ist wieder ein kaputter Panzer Oh, da geht irgendwas ab Ich denke mal, sobald der erste Schuss von mir fällt Kommen die dann durch diesen Zaun geprescht Beziehungsweise zum Zaun You know what I mean Und dann unterstützen sie mich Das ist natürlich Vom Vorteil, wenn ich alle Geschütze Irgendwie vorher ausschalten könnte That's right Was ich in den letzten Part Leider nicht wirklich geschafft habe Aber wir haben es trotzdem überlebt I'm on the power So kann man das wirklich sagen Wir haben es überlebt That's right Wie kann ich das denn machen Dass das anvisiert ist You know, dass ich das dann halt sehe So wie er es sonst immer macht Ich weiß es nicht I don't knuff Aber das ist ein normales Ja, das ist ein MG Darauf scheiße ich mal gepflegt Wir müssen Oh, oh, oh So ein Ding hier Müssen wir ausschalten Was, was schreist du denn rum hier Ja, es ist natürlich die Frage Da ist ein MG Oh, nee, das ist doch kein MG, oder? Ah Oh, oh, okay, okay Okay Ich hätte jetzt überlegt Da gehen wir hoch Aber wenn da Kann ja auch ganz schnell Abgeschossen werden So, dass ich wahrscheinlich abstürze Mal nochmal schauen Wir gehen jetzt nochmal hier Um der Ecke Weil ich glaube nicht Dass das das einzige Geschütz hier jetzt ist Oh, oh, hello, buddy Ähm Ich hoffe, du bist allein, hä? Ja Okay Oh, oh Da ist noch was Das Problem ist mal Hier habe ich jetzt gar keine Deckung mehr, ne? Nö Hm Ist die Frage Explodiert hier sowas? Solche Dinge Wenn ich die platt mache? Gute Frage Nächste Frage Jetzt gehen wir nochmal zurück Zu dem ersten eventuell Vielleicht kann ich den auch nochmal leise killen Dann haben wir schon mal ein paar weniger Also wortwörtlich ein paar weniger Alles, Mann, alles Oh, das ist ein Flammenman Night Flammenman Okay Das da oben Das ärgert mich natürlich, ne? Dass da oben auch noch zwei stehen Oder einer Ich sehe es nicht richtig, ey Ähm Jetzt muss ich hier wieder lang Das Problem ist halt Die Geschütze Ich habe keinen Bock, dass die mir den Panzer wieder zerknattern Weil, wie gesagt, wir haben es zwar überlebt, aber Ähm Es geht schon recht schnell, ne? So, jetzt sind wir wieder hier Da läuft einer rum Wir hätten einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen sollen Dann hätten wir uns das alles hier gespart Ah, fuck Bin ich blind Einmal da Oh, shit Buddies, kommt und helft mir Woah 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 Komm mal down Jetzt sehe ich gar nichts mehr Ah, fuck Okay, easy Wir müssen den da oben platt machen Hier, unser Panzer ist schon wieder fast down Oh Surprise, motherfucker Woah Das hat geknallt Oh, shit Headshot Alright Ah, wo ist die Sau? Komm raus Oh, da ist er ja Got it Das darf ich aber wieder reparieren Hey, bleib mal stehen Bleib doch mal stehen Also seht ihr, was ich meine? Ich habe zwei Geschütze jetzt hier vergessen Und schon ist die Luzi hier am kochen Wisst ihr, wie ich meine? Ja, der Das war definitiv wieder knapp That's right So, Jungs Was habt ihr denn Schienis für mich? Hey Geschütz Will ich nicht Deine Waffe Will ich auch nicht Aber hier ging es auf jeden Fall unten rein Hey, da wollen wir doch gleich nochmal Gucken Hier ist nichts Da ist nichts Oh Hello Ah, Reparature Hab ich schon Ähm Ja, genau Hier ging es rein Das soll mal hier oben gucken Ah, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Kisten Pistole Aha Was haben wir hier? Oh, eine leere Kiste Auch nicht schlecht Machen wir was Immer mal was Neues hier, ne? Wie, mehr ist hier nicht? What the fuck is that? Schaufel aufheben? Okay Whatever Oh, die hat doch einen Schalldämpfer, ne? Gewehrgranate Ne Hä? Äh Wir nehmen mal dich Achso, ne Das ist echt ein Granatwerfer Okay Aber ne Ich brauch das Reparaturset Leider Gottes Das kann ich so nicht hergeben Okay Äh Jetzt sind wir hier Wir müssen natürlich in Richtung Panzer Mg Ohoho Dickes Mg hier Hohoho 60 Schuss leider nur Hm Aber wir nehmen es mal mit Dicke Wummen sind doch immer toll Was bist du denn für ein Gerätschaftchen? Kann man dich nutzen? I don't think so Oder ist schon zerstört wahrscheinlich, ne? Oder gar nicht aufgebaut, weil ich hier gerade die Rohre sehe Okay Haha Why not? Ich bin der Meinung, hier liegt bestimmt noch irgendwo was rum So ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Feldhandbuch oder was Reparature hab ich schon Äh Okay, wir gehen jetzt nochmal in diese Baracke Wobei, ich glaub, hier war ich doch schon, ne? Ja Hm Gut, ich werd wahrscheinlich sowieso sehr viel übersehen, Leute Das ist einfach, äh, sowieso unschaffbar gleich beim ersten Mal alles mitzunehmen Also für mich zumindest Es gibt bestimmt Leute, die schaffen das auch beim ersten Mal Das möchte ich jetzt mal nicht so anzweifeln, aber Haha Einfach jetzt auch hier nur rumgemmeln und, äh, you know what I mean Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache hier Also, ich würde sagen Wir haben relativ alles durchguckt Ha! Durchsucht What the fuck ever Also würde ich sagen Raus hier So, repariert hab ich euch, ne? Bin mal gespannt, wann dieser nebelige Abschnitt hier vorbei ist Oh, wir kommen hier an Grenze der Karte Okay Ja, das stimmt, da habt ihr recht Ja, und jetzt Surprise, motherfucker What the shit Edward, die sagen schneller zu mir, Alter Ich weiß noch nicht mal, was hier abgeht Ich weiß gerade noch nicht mal, wo links und rechts ist Okay, jetzt reicht's Ohoho Nice Oh, da ist ein Granat Run, Forrest, run Hahaha, überall Granaten Hier hagelt Granaten Oh, hello Oh, da ist gar keiner mehr Ups Okay, wow Da haben sie mich ja mal wirklich, äh, trocken erwischt, würde ich sagen So, wir haben mit der MG leider nicht viel Schuss, ne? Das ist Ah Ah, komm her Zack, zack, haben wir auch gleich Wieder schön Munitione Was ist das denn hier? Oh, noch mehr Munitione Okay Bestes voraus Ich guck mich hier nochmal um Oh Oh, massenhaft Kisten What the fuck is this? Panzerbüchse Hm, sollte ich sowas mitnehmen? Ach so, das ist wieder so ein Tausch Ach, fuck Das ist doch zum Kotzen Ich muss Bess reparieren können, verdammt By the way, ich muss sie auch schon wieder reparieren, sehe ich Uh Uh Uh, huh, huh Ein MG Und ein Tankgewehr Okay Oh my God Es wird immer besser hier Okay, okay Bess, wo bist du? Ich muss die nochmal Reparate machen Wo bist du? Komm ich jetzt mal mit meinem Hammer angestratzett Nice, Mun Was haben wir denn hier, Feines? Hm Noch ein Kistchen Gewehr 98 Sniper Mhm Snipern Ah, ich Ne, jetzt noch nicht Oh my God And by the way, der Nebel ist weg Kann ich jetzt wieder einsteigen? Ähm No Okay Ihr seid ja Schweine Oh, oh Das hier sieht mir sehr, sehr gefährlich aus Oh, what's this? Da ist noch ein Panzer, ey Und da sind noch mehr Leute, ey What? Ähm Sniper Okay Ich hätte gedacht Ich hätte gedacht, dass ich das Sniper jetzt nicht brauche Aber hier ist so ein großes Feld Da nehme ich doch mal das Sniper Sorry Leute, dass das jetzt hier so ein Hin und Her ist Aber You know what I mean Komm mal her hier So Dann Snipern wir doch jetzt Uh, stabiles Fernrohr Auf L Okay Früher sonst immer auf rechts bin ich der Meinung Auf dem rechten Stecken Benutze das Zweibein, um die Zielgenauigkeit zu erhöhen Okay Wie mache ich das? Hinlegen Und dann Oder wie holt er das Zweibein raus? Macht er das dann nicht automatisch? Okay Schauen wir mal Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier irgendwo erstmal in Deckung Ja Und dann gucken wir doch mal, wie der Sniper so funkt Was haltet ihr davon? Holze ich den ein, nehme ich jetzt erstmal da oben weg Sind hier auch welche hier unten? Oh, ja da Ach, hier werden mir die Sniper sogar angezeigt Okay Good Okay, Sniper sind schon mal down Killing Spree Oh, shit Nur angestriffen? No way Sniper skills Gut God damn Der hat mir jetzt aber ganz schön Oh Ganz schön die Riemen gegeben Hey, hey, hey Lass mich doch mal What the fuck Okay, der ist down Okay, ich glaube ich muss mal nach vorne jetzt Just a little bit Hey, hey, hey Bleib Bleib mal floggisch Ich habe ja auch nie Zeit, um irgendwas nachzugucken Nein Sie setzen uns zu Dies, das, jenes Geht mir doch nicht auf den Sack Okay, der ist down Siehste? Ihr seid ein Panzer, Alter Ihr müsst das doch Geschissen kriegen God damn So Here we go Hey, ist nichts Hab ich da gerade einen Panzer gehört? Irgendwas Fahren, das habe ich doch gehört Oder nicht Ah Wer weiß, was ich da schon wieder An Ohren schmalze, aber Okay, hier gibt es nur Waffen, 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 Waffen Brauche ich jetzt mal rein Überhaupt nicht Ich habe meine Waffen Wow Worauf schießt ihr, der ist Ist ein Bunker, okay Okay, nice Ach, der Panzer ist jetzt bei denen Oder was What the fuck No No, 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 no Ah, es sind zwei Panzer What What the fuck No, 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 no Das geht Das wird nicht klappen No Fuck Das erste Mal Scheiße gebaut Okay Fuck Oh, Best steht schon wieder Mitten im Feuer, oder was? Äh, nein Oh, nee Okay Sie ist heile Wo sind denn jetzt die Panzer hin? Die standen doch vorher da Ah Da kommt einer Äh, hatte ich hier nicht irgendwas Oh, oh Oh, shit Okay, haben wir Wo ist der andere Panzer jetzt? I don't know What Da Äh Ich hoffe, er kommt hier wieder lang Wo ist er? Wo ist er? Er kommt doch wieder von da Ich fass es nicht Oh, god damn Komm schon Komm schon What the fuck Oh Was für ein Einsatz Call me Big Papa Was für ein Einsatz, meine lieben Freunde Was für ein fucking Einsatz So, wer ist unterwegs? Fritz Na ja, Fritzel Wo bist du? Was haben wir denn hier Nettes? Ah, neue Wienzen, oder was? So, was muss ich denn jetzt hier machen genau? Ich hab keinen Plan Oh, es kommt noch mehr Okay Wo, 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 wo Ah, ich hab ja das Sniper Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Wie viel Panzer kommt denn hier noch? Okay, das war's mit dir Oh, fuck Was? Warum bin ich down gegangen? Auch wegen dem Stacheldraht? Das geht doch nicht You gotta be joking Wow Ja, und da bestraft die Dummheit mal wieder den Crazy Memphis Definitiv Ah, ich bin auch so doof Leute So Da Ich glaube, da mit der Ladung warte ich noch, bis er kommt Genau Stirb Dumme Sau Wo bleibt denn der Panzer jetzt? Oh, da kommt er Ah Okay, den haben wir Hey Oh, shit Fuck off Ich hoffe, ihr habt es Sag mal, was ist da los? Schieß doch mal auf das Ding da drauf Warum geht der nicht drauf? Das geht doch nicht Ähm Wow, okay Whatever Oh, wir haben's? Cool Oh Okay, nee Jetzt gucke ich mich aber erstmal hier geschmeidig um Das könnt ihr aber glauben So Jetzt müssen wir auch wieder vom Schnaiper wegkommen Ja, würde ich hoffen War ganz schön heavy Gut, ich muss aber sagen Wieder shame on me Shame on me, definitiv Doch, wir haben's geschafft Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben's geschafft Gut, hier waren wir jetzt schon 5000 Mal drin Da lag nichts Besonderes Bin ich der Meinung Also ich hab auf jeden Fall keine Äh Kein Feldhandbuch gesehen Oder wie der Ding heißt Gucken wir nochmal in den Bunker Alter, ist das Dunkel hier drin What the fuck Ich seh nichts Panzerabwehrgranate No Alter Schwede, ist das düster Holy shit Okay, überall Waffen Die das Leben schöner machen Die werd ich aber gleich wahrscheinlich nicht mehr brauchen Weil ich muss ja eh wieder in den Panzer einsteigen Was? Waffenstationen haben einige Mächtigen Äh, der mächtigsten Waffen Und des Schlachtfeldes Ah, okay Das heißt, immer diese Zelte, wo diese Wo dieses Zeichen drüber ist Ja, da Richtig Okay Das muss ich mir mal merken, ne Okay, hier sind Schienen Hm Da ist noch eine Kiste Da ist eine Waffe drin Okay, da ist auch noch eine Waffe drin Ja, dann würde ich mal sagen Das war's doch so gut wie, oder? Wir können nochmal hier rein Oh, also Ah, hier haben wir doch was Seht ihr mal Okay, nach sowas hab ich noch gesucht Ka-ching Ha, 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 ha Alrighty Sehr cool Jetzt können wir Waffen und so sind ja hier wirklich genug am Start Also Und wie gesagt, ich muss jetzt eh in den Panzer einsteigen Deswegen denke ich mal, dass ich jetzt Nicht unbedingt noch eine brauche So, let's do this Achso, okay Das war's Aber geil Sehr cool auf jeden Fall Was, bitte nicht Bitte nicht Wasch etwas, wasch Sir, sie brauchen noch ein Zündkerzen Hey, schau mal wie weit dieses Dorf weg ist Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja Ja, ich seh's Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edward? Ja Aber es sind nicht mehr unsere Was immer Wes braucht es scheint da unten in dem Dorf zu sein Na schön Gehen wir kurz Gehen wir Viel Glück Wenn sie das wirklich wollen, McManus Dann gehen sie Rede nicht so mit mir Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner McManus, sieh einfach ab So viel zu Wir sitzen alle in einem Boot That's right Teile finden Panzer zum Laufen bringen Nicht sterben Haha, okay Ja Ja, McManus dieser Lappen, ey Das ist ja mal echt, äh Ja, Lappenhaft, muss ich sagen Okay, meine Freunde Ich werde dann diesen Part jetzt hier wieder beenden Ich hoffe, er hat euch wieder ein wenig gefallen Wenn ja, könnt ihr das ja signalisieren in Form von einem Daumen oder Kommentar Wäre wirklich sehr, sehr crazy von euch Und ja, wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde Battlefield 1 Ja, dann würde ich wie immer sagen Danke, dass ihr am Start gewesen seid Ihr seid die Besten Und ja, so sieht es aus Ich bin wieder raus Ich bin wieder raus Ich bin wieder raus Vielen Dank.